Hallo und herzlich willkommen zu Folge 16 von Game of Thrones Telltale. Ich wünsche euch allen viel Spaß und ja, legen wir mal los. Die White Hills haben sich in unserem Haus breit gemacht, das können wir nicht dulden. Ich bin etwas verschnupft und muss viel durch den Mund atmen. Ich hoffe, das fällt nicht so sehr auf. Ich entschuldige mich im Voraus. So sieht's aus. White Hills. Was? Was machst du da? Bitte was? Sie wird gar nichts kriegen. Let's go of me. I don't care if she's your sister. She bit your man. How did that happen? Ja. What? Genau. Natürlich spielt das seine Rolle. Oh Leute, ich bin so sauer auf die White Hills. Ich dachte, wir sind so sterben, Mann. Ich dachte, wir sind so sterben, Mann. Ich dachte, wir sind so sterben, Mann. Ich dachte, wir werden das nicht verantworten. Du hörst mich? Nicht, mach das so gellig. Deine Männer sind aus Kontrolle. Das ist das Problem hier. Es sind deine Leute, die nicht die Ordnung der Dinge wissen. Diese Frau ist so unbezahnt wie ein Wildling. Don't listen to him, Roderick. Und wenn du sie nicht rein sie in kannst. Ja, was über die resten? Es ist Zeit, sie sahen der Real Lord wieder. Und gelernt proper discipline. Sie haben alle das vermisst. Du kannst und schreien alle, wie, aber es ist nur für sie. Du kannst wie dein Vater Lord wünschen. Und sogar er weiß, dass es nicht ein Teil von Frauen war Teil von Ramsey Snow war. Und wie Sie wissen? Sie wissen, Mann. Ja? Es war poor little Ethan, die mit den Boltonen. Oh, this house is rotten. And the problem starts at the top, Roderick. Watch your tongue, boy. You yourself had the goal to make threats against my men. And that's the real problem with you, Forrester's. You're too fucking proud. Always have been. We've found up when you were above us. And now it's even worse. Because you don't see, how far you've fallen. Still high enough to look down at you. Now here's a brave and wise girl. A girl who knows how to speak the truth of things. No. A girl who should know her station. That's how I like to see you, Forrester's. Oh, foolish Roderick. Is mir scheißegal. Entschuldigung mal für meine Aussprache, aber ne. Wir werden ihn schon noch schnappen, Roderick. Du weißt, dass wir haben einen Plan. Er hat ihm bestimmt ins Verhelfen geteilt. Oh ja, das macht es. Oh ja, das will ich. Oh ja, noch wissen wir das. Wir werden noch schon aufstehen und wir werden uns rächen, Penner. Aber jetzt ist es schlauer, nicht aufzustehen. Oh, scheiße, wäre ich mit mir mal aufgestanden, verdammt. Du wirst schon noch sehen. Ja, ist gut, man. Some Forrester is going to learn their lesson today. I'll stay down. Du wirst noch sehen. Ich habe es wirklich getan, Leute. Ich hasse mich gerade dafür, aber es hat ja alles einen höheren Zweck. Wir werden uns rächen. Komme, was wolle. Ihr Lord ist ein smarter Mann. Er ist eine Person in dieser Linie, der versteht. Jetzt musst du auch verstehen. Du kannst auch sein Lord, Roderick. Solange wir alle wissen, wer hier hängt. Solange du denkst, dass du die Zügel in der Hand hast, mein Freund. Moment, habe ich freie Hand zu tun, was ich muss. Und ich werde tun, was ich muss. Ja, manchmal muss man sich unterwerfen, um wahre Stärke zu zeigen. Was sollten wir denn tun, ihrer Meinung nach? Verstehe ich das nicht. Oh, ich habe meine Trophäe. So, bin ich mal gespannt, wo es jetzt weitergeht. Ah, immer noch House Forrester, wie es aussieht. Hast du das gesehen? Was? Er ist immer noch so, wie er das Haus regiert. Ja, lass ihn doch so tun. Aber er hat seinen Garten gelegt. Genau. So, hat er bekommen, was er wollte? Oder hast du das? At der Zeit, ich... Ich wollte, dass du ihn erinnerst. Er denkt, er ist derjenige. Aber er und seine Mann haben jetzt aufgewandelt. Sie werden nicht bereit sein, wenn wir zurückkommen. Und wenn du besser bist, Dinge werden anders sein. Ja. Dann frage ich den Blöden. Ich habe gefragt, Ethan, nicht zu verändern, wer er war. Ich versuchte, ihm zu mir zu vermitteln. Ich weiß jetzt, dass das von mir ausgewandelt war. Ja. Ich bin bereit, zu verändern. Ich bin bereit, alles zu tun, um unsere Familie zu helfen. So wie ich. Ich meine es, Roderick. Ich bin nicht egal, was. Ich werde es tun. Ich bin auch. Mein Vater sagte, wir Forrester sind so hart als die Ironwude. Wir sind. Wir sind. Wir sind vom Eis. All of us. Und ich bin sicher, dass die anderen auch tun werden, was es auch lohnt. Oh ja. Das werden sie. Das werden wir. Ich glaube, das ist das Ende von Staffel 3. So gesehen. Also schauen wir mal zu, was da kommt. Er weiß, dass wir da noch hinten mit anstellen können, aber... Nicht so. Die Khaleesi will sehen Sie jetzt. Oh. Leute. Ich will gerade nicht so viel quatschen. Das ist ein epischer Moment. Oh. Gänsehaut. Sie ist sogar im Spiel richtig hübsch. es gibt es gibt und die dort das klingt zürich was im accident klar wird uns nur verteidigt Oh je Doch haben wir Das wird er nicht Was? Was kommt da nur auf uns zu? Oh shit Aber wir haben uns doch nur verteidigt gegen diesen Okay, dann gucken wir uns mal an, wie die anderen So reagiert hätten, Leute Also 51% haben Beshkar gerettet 51,1% haben Margaery gehorcht und Tyrion gemieden 68,9% sind vom Brit weggegangen 67,6% haben sich Griff unterworfen Und 29,7% haben die Ironwood-Verordnung verbrannt An hier nochmal einen Rückblick Ich finde es ein bisschen blöd gemacht Dass immer erst gezeigt wird, was als nächstes kommt Und dann der Rückblick Das ist irgendwie Aber naja So ist es halt in einer neuen Episode beginnt Beziehungsweise eine neue Staffel Oh je Ja, aber das wissen wir ja schon Und er will uns helfen Ja, dann haben wir das behalten Wenn du unseres behältest Ja, das haben wir ja gut versaut, das stimmt Ja, wer das wohl war Oder was Und er will uns helfen Eigentlich geht ja Familie vor Nö Doch, haben wir ja gemacht Aber die Rache wird unser sein Das haben wir gar nicht gemacht Und wir haben in den Arm gestochen Voll lol Oder? Penner Haben uns nur gewehrt Ich hätte ihnen echt die Brücke Die Dings runterschmeißen sollen Aber selbst dann hätten sie ihn wahrscheinlich gefunden Ach naja Bin ich mal gespannt Was uns jetzt Episode 4 zu bieten hat Ja, da liegt er Familie Mörder Sadist Brutale Schwein Kriegt auch noch ein Ehrenbegräbnis hier Nee, nee, nee Nee Was sollten wir denn tun? Wir haben es doch versucht, ihn nicht zu töten Wir haben es versucht Ja, war so Ja, komm, dann steh jetzt auch hinter uns Oder? Ja Komm schon Ja, Bruder Sauber Ich wusste, er hat irgendwo Ehre in mir Oh, was? Ja Ja Aber wir haben uns nur verteidigt Sonst hätte er uns getötet Mein Gott, ey Ich wusste, dass es ein Fehler war, um dich zu machen, Ranger Ich wusste, dass es mit Brit Was passiert? Ich wusste, dass du besser bist, Gerard Ich wusste, dass du bei mir sein, bei Craster's Ich wusste, dass du bei mir sein, bei Craster's Ich warte, dass ich dich verabschiede, John Ich wusste, dass ich dich nicht, John Ich wusste, dass ich das nicht Wir haben uns nur verteidigt Wir haben uns nur verteidigt Aber Finn, danke, dass du eingestanden hast für uns Was werden wir noch sehen, Frostfinger Das werden wir noch sehen Ja, mach doch die Tür zu Fühlst du dich jetzt stark? Lalalala Jetzt kommt wieder die epischste Anfangsmusik eines Films, Serie, was auch immer spielst Und jeder liebt sie, jeder kennt sie Und ja, ich werde wahrscheinlich wieder einen Copyright-Verstoß kriegen Ich nenne einfach mal die Urheber und so im Titel, also in der Info Ich hoffe, dass es reicht Versuch mal ein bisschen nebenher zu brabbeln Vielleicht klappt das ja auch Und ja, wer findet diesen Vorspann nicht episch? Ganz ehrlich, Leute, es ist einfach geil gemacht Wenn man sich das mal so in den Detail reinzieht Ich finde es bei der Serie eigentlich noch ein bisschen besser, aber Das ist auch schon cool Sie sich die Stadt aufbaut und alles Obwohl das in der Serie wirklich viel eindrucksvoller ist, meiner Meinung nach Aber damit ist das Video noch nicht vorbei Wir haben noch ein paar Minütchen Die werden wir nutzen, Leute Wo sind wir jetzt? Achso Okay Da kommt wohl jetzt das Gespräch mit Khaleesi Ich weiß nicht, wie viele Männer standen vor mir mit falschen Häusern von meinen Dragons Desperate Männer Hoping für Wealth Protection Uh-huh Liars Every one of them Und ich hoffe, dass du nicht anders bist Du willst nicht sehen, was ich für liars Especially diejenigen, die zu spüren meine Zeit Oh, oh, dankeschön Gruselig Ja, haben wir auch Ja, ist auch so Ja, ist auch so Ja, ich bin ja auch doof Ja, ich bin ja auch doof Ja Okay Ich will mir das genau anhören, Leute Das ist nicht fast so still Halt doch deine Klappe Beschka Mensch Kannst du nicht mit der Khaleesi reden? Das sind keine Lügen Warum denkt denn jeder will Lügen? Haha Ich kann einfach nicht so viel labern, wenn sie quatscht Echt, das wäre wirklich nett? Wir brauchen das Dann helfen wir euch Dann helfen wir euch Oh Mann, oh Ich bin echt schlecht im Verhandeln, glaube ich Sie ist nicht sehr erfreut Echt, du musst, Beschka Komm, steh vor deinem Schatten Okay Ich vertraue auf deinem Wort, Khaleesi Warum? Warum? Wenn ich finde, dass du leidest oder meine Männer in Gefahr Ich verstehe Gut Oh ja, das wird es Oh ja, das wird es So Alles klar Mehr brauchen wir nicht zu wissen, Bro Komm schon, Beschka Jetzt sei nicht so zöckig Werden wir nicht Wir werden es nicht Das, was du gesagt hast So Und damit ist diese Folge vorbei Ich hoffe, ihr hattet alle Spaß dabei Und freut euch auf die nächste Ich mich je mega Denn es wird langsam actionreich Also in diesem Sinne Haut rein Euer Brille